Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Tut mir leid, dass jetzt vier Tage ungefähr keine Videos kamen. Ich habe sogar eins gedreht, aber da war irgendwie die Audio von der PS4 dann weg. Beziehungsweise ganz leise, aber ja, auf jeden Fall werden jetzt in nächster Zeit wieder öfters Videos kommen. Auf jeden Fall werde ich heute ein bisschen den neuen Modus Wild West spielen. Die gibt es ja bis jetzt nur in Duos, deshalb werde ich heute Solo vs. Duo spielen, aber der wird auch noch in Team und Solo kommen. Also ja, Solo vs. Duo und ich werde noch eine Challenge dazu machen. Und zwar darf ich nur Pumps spielen. Also da gibt es ja nur das Schießeisen, das Jagdgewehr und Pumpguns und halt dieses neue Dynamit. Also ja, los geht's. So, ich würde sagen, erste Runde direkt hier unten, Retail. Warte, den Pump kann ich nicht in der Kiste finden, oder? Hallo, Motherfucker. Kann das sein, dass die Pump hier irgendwie ziemlich selten ist? Also überall nur Dynamit. Und überall Gegner. Da ist auch schon jemand. Hier sind ja überall welche. Alter, in jedem Haus ist jemand. Alter, ich konnte einfach keinen Pump finden. So, Pump, Pump. Ist das eine Pump? Okay, da ist schon mal eine Pump. Okay, perfekt. Okay, der hat jetzt auch eine Pump. Ich nehme niemals mit, dass sich niemand anderes mitnimmt. Nein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den neuen Modus findet. Dass es da kein Schild gibt und so. Ah, man kann doch in den Modus A gehen. Stimmt. Okay, da war ich alleine. Okay, da war ich alleine. Okay, da war ich alleine. Was, diese Waffe gibt es hier auch? Ah, ja. So, da kommt aber noch jemand. A zwei Leute. Da haben die mich gesehen. Okay, das sind vier Leute. Das sind vier Leute, glaube ich. Was? Also, komm, ich geh mal hier hin. Pump. Komm, bitte Pump irgendwo. Okay, die Runde hier spiele ich auf jeden Fall auf Win. Also, ich versuche jetzt wirklich, eine Runde zu gewinnen. Nur mit Pump. Oh, warte, es ist eins gegen eins. Warte, was? Und dann gegen's. Oh, warte, was? Und jetzt, wenn ich da bin. Ich bete. Okay. Oh. Okay,крpeig. Ich habe auch nur noch 100 Sachen zu bauen. Alter, diese Teile nerven so. Ich bin mit null Kills gewonnen. Ich habe die Pant nicht mehr benutzt. Was? Ja, ich weiß, mega unverdient, null Kills gewonnen. Aber ich habe euch heute trotzdem gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne den Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Also ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.